Wie Sie als treue Zuseherin oder Zuseher unserer Filmreihe schon längst bemerken konnten, steckt in diesen eine aufklärerische Absicht. Sie reihen sich damit in die lange, lange Geschichte der Aufklärungsfilme ein. Wer Fragen hat, sollte sich stellen. Fragen Sie das Boll, Fragen Sie Ihr Boll, alles, was Sie schon immer wissen wollten oder auch niemals wissen wollten. Der Chefdirigent, eine Musikerin oder ein Musiker des Orchesters oder ich werden jede Frage beantworten.